Wenn Sie in einer Datenbank einen interessanten Treffer gefunden haben, wissen Sie meistens noch nicht, wo Sie ihn nun erhalten können. Dabei hilft Ihnen der Link-Service SFX, der eine Verbindung herstellt zwischen Ihren Datenbanktreffern und den Bestandsinformationen Ihrer Bibliothek. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen an einem Beispiel. Nehmen wir an, Sie recherchieren in einer Datenbank zum Thema Ihrer Seminararbeit und Sie haben zwei relevante Treffer gefunden. Bei vielen Datenbanken erscheint bereits in der Trefferliste das SFX-Symbol. Bei anderen Datenbanken müssen Sie den Treffer nochmal anklicken und SFX begegnet Ihnen erst in der Einzeltrefferanzeige. Dabei kann das SFX-Symbol je nach Datenbank an ganz unterschiedlichen Stellen untergebracht sein. Mal rechts oben, mal links unten. Manchmal versteckt sich SFX auch hinter Verfügbarkeit prüfen. Testen wir, wie wir am schnellsten an den Artikel von Gisela Hirn kommen können. Das SFX-Menü wird in einem separaten Fenster geöffnet. Bei dieser Literaturangabe stellen wir fest, dass die Bibliothek die Zeitschrift lizenziert hat. Die Zeitschrift liegt in elektronischer Form vor, deshalb reicht ein Klick und wir können den Artikel öffnen. Das ist der schnellste und bequemste Weg, um an ein Dokument zu kommen. Testen wir den Artikel Dein Thema für Dummies. Im SFX-Menü ist diesmal kein Volltext aufgelistet. Wir nutzen deshalb das Angebot Suche im Katalog der UB Würzburg. Mit etwas Glück hat die Bibliothek die Zeitschrift abonniert und wir können uns die Signatur notieren. Wenn die Zeitschrift in Würzburg nicht vorhanden ist, bestellen wir den Artikel über die Fernleihe. Dazu mehr im Fernleihvideo. Wenn Sie gerne in Google Scholar recherchieren, können Sie auch dort unter Einstellungen Bibliothekslinks den SFX-Dienst einbinden. Übrigens, SFX steht für Special Effects und wir hoffen, dass Sie den positiven Effekt von SFX in Ihrer nächsten Datenbankrecherche zu spüren bekommen. Noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Untertitelung des ZDF, 2020